Willkommen zurück, Leute, beim Let's Play von Super Mario Bros. 3. Gut, hier letztes Mal das 10. Level noch gemacht, das 9. verschmähen wir jetzt einfach weiterhin, nicht dass ich weiterhin rasten muss. Okay, mach mir jetzt mal das Castle. Ja, das ist ja minderwertig. Gleich mal am Anfang. Alter, spring doch! Alter, jetzt... Meine Fresse, ich stelle mich schon wieder an. Ich spring doch, was ist ein scheiß Problem? Nein, der wird jetzt wieder dämlich von mir. Oh. Okay. Ja. Was? Ach, komm. Ach, scheiße. Scheiße, fuck, fuck, scheiße. Huh, ah, 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 ah. Fuck. Okay. Wie scheiße ist das Level? Wie dumm scheiße ist das Level? Nein. Okay, das wird nix. Ja, da hab ich jetzt natürlich wieder mein Save-State sowas von super gut gesetzt, ey. Besser ging's nicht. Gut gemacht. Meine Fresse. Das ist vielleicht nervig. Hau doch ab, was ist das für ein scheißdreckiger Kackgeist, Mann. Oh, komm her, ich hab so keinen Bock mehr auf das Spiel. Das ist so schwul. Ich reg das auf. Nein, das ist zum Heulen natürlich. Die Geister, das sind so die krassen Muschis. Hauptsache immer bis von hinten kommen, ne? Und du kannst ja noch nicht zerlegen, das ist nervig. Oh, komm, ey. Meine Fresse, das geht doch immer. Oh, komm. So. Nein. Ich war doch schon so weit. Ach, genau. Ja. Da muss der wieder von hinten kommen. Nein, jetzt ist da wieder auf einmal nix mehr. So zum Ausrasten, das Spiel. Boah. So. Ah. Geht doch. Oh, wie seid ihr so scheiße? Ihr seid so derbe, schwul und scheiße. Hoffentlich verreckt ihr alle Nähzegler ein Biss, Alter. Wie kann man nur so schwul sein? Wie kann man nur so einen dreckigen Scheiß erfinden? Was ist jetzt das für ein Scheiß hier? Hä? Was ist das? Soll es da hinten irgendwie die Tür sein oder sowas? Ah. Nein. Nein. Sprich doch drauf, du durch nette Stück Scheiße, Mario. Ah, geht doch, Mann. Das ist so zum Verrücktwerden, das Spiel ohne Witz. Hm. Ich spiele sechs Minuten für ein Level gebraucht. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt ist die Tür da weg. Jetzt können wir weitergehen. Oh, ja, gleich nochmal. Das ist genauso witzig wird, dann freue ich mich schon richtig drauf. Äh, das ist ja nicht. Komm, wie das fliegende Schiff hier, hab ich vergessen. Ja, ja, ist gut. Oh. Ja, ich lieb's hier doch an den Schrauben. Ich hab' hier in den Safe-State gesetzt. Jetzt. Nicht, dass ich hier auf einmal doch wieder, wenn ich zurück will, vor allem Arsch bin. Ich hab' hier in den Schrauben. Oh, okay. Nein! Wie dumm. Okay. Oh, oh, oh. Alter, ich bin so scheiße dämlich. Warum lasse ich mir da keine Zeit? Ich habe doch so viel Zeit. Meine Frisse. Mann, warum rennt der auf einmal so schnell? Ich sprint nicht mal und er gibt schon wieder Vollgas. Mann, warum rennt der auf einmal so schnell? Mann, warum rennt der auf einmal so schnell? Nicht berühren, das Scheißteil. Kein einziger Meter, ey. Ja, war klar, dass du wieder in die andere Richtung bist. So, Leute. Mein Emulator hat sich mal wieder aufgehängt. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich die Scheiße da hinkriege. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt deswegen, wenn ich jetzt die Scheiße nicht schaffe, nur wegen dem Scheiß-Jugendemulator, ey, da flippe ich aber. fast, das ist machbar. Nein, das gibt's doch nicht. Ah, fast. Ach, komm, ey. Oh, geht doch. Meine Fresse, ey. Das ist mal wieder sowas Kritisches gewesen. Was macht denn der da für einen Scheiß? Nein. Komm doch mal her. Boah, geht doch. Ey, sowas regt mich jetzt schon wieder auf. Wenn einfach der Emulator abkackt. Das ist so ein Witz. Ey, warum passiert mir immer so ein Shit? Das passiert in letzter Zeit irgendwie häufig. Hauptsache, wir haben das Level hinter uns. Ich glaub, danach kommt noch eins. Also eine Welt. Und dann haben wir es geschafft. Ja, ist gut. Komm, wir haben den Standardbrief von der Prinzessin. Ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal. Welt 7. Ach, das schaffen wir das erste Level noch. Und rein. Hä? Huh. Geh doch da rauf jetzt. ok so jetzt gehe ich da hoch ach so nimm mal die Geröre ok das war die falsche na toll nein fuck Glück gehabt dass ich dann gespeichert habe dann da hoch so ja war so klar war einfach wieder so klar verpiss dich geh da hoch jetzt hey warum geht denn im spiel immer alles zu kompliziert ach meine Fresse so 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 jetzt noch auf das ist doch scheiße 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 ne das wie sie wie soll ich das machen hm so so war klar ich spring wieder genau rein ich bewege mich doch nochmal ach ach ok ok so weit ihr seid so scheiße witzig seid so die witzwolle ok ok so hochschnell so level geschafft ok jetzt werde ich dann gleich aggressiv wenn jetzt mein scheiß fucking emulator nochmal abstürzt ey ja gut dann war es das hier wieder für den partner ich probiere jetzt dass ich das irgendwie behebe weil ich habe keinen bock dass der mir alle fünf minuten abschmiert und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder also bis dahin haut da rein im im